Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Far Cry 4. Ja, der ganze PC ist abgestürzt und der letzte gespeicherte Spielstand war um 0.32 Uhr, es ist jetzt 1.15 Uhr. Das heißt vermutlich alles was nach der Long-Lius-Mission kam, die wir gemacht haben, ist weg. Ich weiß gar nicht, wir hatten hier irgendwo eine Mission gehabt, die er aber anscheinend doch mitgenommen hat. Denn ich sehe sie nicht mehr. Ne, ich sehe sie nicht mehr, wo wir hier Vorräte geholt haben. Ne, sehe ich nicht. Vielleicht hatten wir dann doch Glück, dass das auch noch mitgenommen hat. Dann fehlt uns jetzt doch gar nicht so viel. Ne, da wollte ich jetzt nicht hin, ich wollte zum Glockenturm. Hier, da wollte ich jetzt hin. Eventuell haben wir Glück. Müssen wir mal gucken, wie es gerade aussieht. Hier. Das ist auch gespeichert. Ne, hier hatten wir ja auch irgendwas, hier das hier. Das kann dann aber nicht um 0.32 Uhr gewesen sein. Hallo? Das war doch in der letzten Folge noch. Und 0.32 Uhr, das wäre irgendwann in der ersten Folge dieser Aufnahmesession gewesen. Von daher, hier ist auch alles voll. Hier auch. Okay, ich hätte mir ja dann gespeichert, als wir hierher gebeamt sind. Dann ist uns jetzt quasi eigentlich nur der Weg verloren gegangen und... Nö. Also sogar, dass wir die Waffe wieder gewechselt haben, ist noch drin. Ja, dann hat er wirklich nur das kleine bisschen halt weggelassen jetzt. Hier ist auch wieder Terror, ne. Mal gehen wir mal ein bisschen näher ran, ne. Was denn? So. Da haben wir das Aufnahmes noch mal gemacht. Oh, ich bin sehr froh, dass doch nicht so viel verloren gegangen ist, ey. Aber es wäre jetzt wirklich ärgerlich gewesen. Ja, natürlich ist sie das. Freut euch mal nicht so früh, noch ist er nicht tot. Noch. Ich weiß nicht, ob man ihn am Ende des Spiels tötet, aber ich gebe davon aus. Das wäre ja doof, wenn ich... Ne, ich mache jetzt nur noch die Mission, also nicht die Mission, sondern den Leuchtturm. Und dann gucken wir mal, was wir noch machen, aber... Die richtige Mission, dann mache ich noch nicht. Oh, er ist ein bisschen explodiert. Das ist das Problem, wenn man mit einem Flammenwerfer arbeitet, ne. Mein Freund. Das Ding kann auch mal explodieren, da ist niemand schuld. Ja, das passiert einfach. Ja, er hat wieder Angst vom Madler. Und vom Bären. Sein Bär fällt aber sehr schwer um. So. Vorhin ist es ja abgestürzt, als ich auf die Map zugreifen wollte. Ja, wir müssen hier... Da habe ich mal sehen, dass ich da dann irgendwie aussteige. Und dann... Oh. Ich glaube, ich bin über irgendeine Leiche gefahren. Über den Bären anscheinend. Huch. Ja, Barack-Obama-Veränderung. Ach, Mann. Ja, jetzt haben wir Donald Trump in Amerika. Ähm. Ich weiß nicht, soll ich mich dazu äußern? Das ist sinnlos, sich dazu noch zu äußern. Also wer den gewählt hat, hat weder von Politikahnung noch von Menschenrecht und überhaupt hat er sowieso nichts für Menschenrecht übrig. Also wirklich einen Donald Trump zu wählen. Und da kann man auch sagen, was man will. Lieber weiß ich nicht, eine Heuchlerin oder sonst was als diesen Faschisten. Ach. Zieht auf den Motor, wie ihr hier seid. Ne. Wie ich über alle wäre. So, jetzt muss ich gucken, dass ich vielleicht von hier aus hinter Umständen außerdem haben wir ja da noch eine Karma-Mission. Pass mal auf. Ha, 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 ha. Meinst du? Hat sich das schon erledigt, ja? Da habt ihr aber, also da habt ihr mir jetzt richtig, ne? Also ihr habt mich jetzt ja ganz schön hier, äh, ne? Da ist die Waffe schon cool hier grad. Ja. Ich wollte, ich wollte, ich wollte nichts reparieren. Hallo? Aber wenn wir schon mal da sind. Man weiß ja nie, vielleicht. Oh. Kaputt. So, vielleicht. Oh, hier ist... Nee, da ist das. Ich zerstör den mal. Oh, wie lange dauert das ein Nachladen denn grad? Alter, hör mal auf. So. Seid ihr nun zufrieden? Habt ihr gesehen, wozu ihr mich zwingt? Ihr Deppen? Ich wollte doch zum Dürmsche. Komme ich doch bestimmt hier irgendwo hoch. Diese Verstecken. Ich versteck mich nicht. Oh Gott. Der liegt ja immer noch da. Ach, komm. Deine Mama stirbt. Ach, hör auf. Du Pissbacken-Adler. Blödes Mistvieh, ne? So. Da ist der Leuchtturm. Du musst es doch wohl einen einfachen Weg gehen als hier, ne? Das, was der mir hier anbieten wollte. Nee, ich hab auch keine Zeit. Auch nicht zum Kochen. Nee, nee. Ich. Alter, was geht denn hier? Alter, ich... Zu meiner Sniper. Das war gut gezählt. Ich hab den überhaupt nicht gesehen dadurch, das Ding. Ich hab mich jetzt nur auf... ...mein Gewehr verlassen. Alter Schwede. Oh, guten Tag. Ach Mist. Hallo? Wer hat sich mit wem angelegt? Ich glaube, du hast ihn mit dem Falschen angelegt. Pimmel. So, ne? Hier kommen wir nämlich hoch. Warum... Wollte der mich hier sonst wo lang führen? Wo wollte er das Ding hinfahren? Was ist da los? Oh. Das hab ich nicht bedacht. Das hab ich jetzt wirklich nicht bedacht. Das die Munition alle ist. Oh, Mann. Das war natürlich schön blöd, aber... Gut. Die Tierchen sind nicht gekommen auf mich zu. Sind nicht gekommen auf mich zu. Das ist wieder gutes Deutsch. Mensch. So. Vier Stücke killt. Dann holen wir uns das Türmchen. Ich glaube, vielleicht ist das Türmchen sogar leer, dadurch, dass hier die Wölfe sind, ne? Vielleicht sind die dann wieder geflüchtet. Immer. Hatten wir schon mal, dass irgendwas war, sodass da keiner mehr sein wollte. Hier wird nur eine Sache beendet. Und das ist Pagan Ming. Ähm. 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 Bitte, ich... Äh. Na, hier vielleicht? Nö. Ich dachte, vielleicht komm ich hier hoch. Hm. Ähm. Hm. Okay, ich will den Turm, aber... Ja, gut und schön, aber ich... Ich komm da nicht hoch. Was ist denn der Scheiß? Ich muss doch da... Ich... 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 Ich muss doch... Ah, kann... Ah, okay. Aber das ist innen, ne? Das ist nur innen. Ich... Ähm. Liebe Leute... Ich wollte eigentlich... gern... da rein. Wenn's recht ist. Wo geht's hier eigentlich hin? Ah, ich... verstehe. Ich schätze mal... Ich muss mir hier einen Weg... in den Turm suchen. Okay. Ich dachte schon, Ratten... können auch noch nerven, wie die Schlangen. Aber wohl nicht. Der goldene Pfad bestätigt... bestätigt überhaupt keine Rogen. Weil der goldene Pfad ist Gott. Junge, Junge. Jetzt sind wir ja ganz schön... unterwegs mit diesem Türmchen, ne? Das dauert ganz schön lang. Einfach nur... weil's doch mehr ist, als ich erwartet hätte. Oh, und da ist wieder... Ne? So, was müssen wir auch demnächst wieder... frei... rubbeln. Hallo? Was ist denn los? Ah, jetzt hör doch mal aus... du wackeln, du Arschloch. Warum komm ich da nicht hin? Ja, ist mir egal. Ich schieße auch gleich. Deine Mama wird gleich erschossen. Boah. Ganz schön... windig hier drin, ne? Aber wir sind da. So, jetzt ist hier Schluss mit euren Ansagen. 14 von 17. Noch drei Stück. Dann haben wir alle. Dann haben wir alle. Und ne neue Waffe freigeschaltet dann. Hoho. Ich will gleich mal gucken... ob wir noch schnell... ähm... ein Dings da schaffen. Ein, ein, ein... Außenposten. Wäre nämlich nicht schlecht. Oh. Nein. Was mach ich denn? Ich will, äh... noch ne Kiste. Oh, Moni. Auch schön. Aber die Kiste wollte ich hauptsächlich. Noch eine? Nö. Tja, Fähigkeiten gibt's auch wieder. Ich weiß, aber... Ne? Nix für uns. Obwohl, wir könnten wieder ein bisschen hier... Was ist das nochmal? Spürzen. Und so. Äh... Schon mal? Hä? Ähm... Zweimal dasselbe? Okay. Da auch? Okay. Also hier unten hatten sie keine Ideen mehr oder so. Äh... Äh... So, 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 so. Sowas mag ich nicht. Aber müssen wir eigentlich auch machen, ne? Müssen wir eigentlich auch machen. Äh... Aber ich will jetzt hier hin. Ne, Quatsch, hier hin. Hä, hä, hä. Und zwar... Hä, hä. Nehmen wir dafür mal wieder unseren... Bürokopter. Dann... Haben wir es... Ein bisschen schneller. Ich glaube, ich werde da wieder snipern. Oder gehe ich von oben ran? Ne, dann... Holen sie noch wieder Verstärkung und dann wird es wieder schwieriger. Ja, von hier vom Felsen aus snipern? Dürfte schon gehen, ne? Oder? Versuchen das mal. Oh, ein Bulle. Ein voller Bulle. So. Ich guck mal. Ob ich von hier aus schon mal... Wo waren jetzt hier der Felsen? Da. Ob ich von hier aus schon mal die Dinger da ein bisschen... Äh, dazu müsste ich sie sehen. Die guten... Rauchmeldung, wollte ich schon sagen. Hm. Die Alarme. Alarmchen. Noch zwei. Okay. Ja, drei sind natürlich eine ganze Menge. Was kommt der? Und dann haltet nicht die Augen offen. Da hinten ist noch ein Alarm. Aber... Ich komme nicht ein bisschen an den ran. Müsste ich von der anderen Seite ran, ne? Aber vielleicht... Aber vielleicht... Kriegen wir es ja relativ unentdeckt hin. Da hinten war noch irgendwo einer. Da. Wo ist er denn jetzt? Weil ich mich da verguckt gerade. Da müssen doch noch welche sein. Da ist einer. Scheiße. Oh, einer ist am Mörser. Wo kam das denn her? Au. Ich sehe nicht mal, wo es herkommt. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Es sind niemanden. Ich werde gesehen von denen. Aber ich selbst sehe niemanden. Hm. Da ist einer. Wo ist der Rest von euch? Sollt ihr aufpassen, dass sie keinen Alarm auslösen. Vielleicht ist da irgendwo einer. Seid mir irgendwo. Wo sind die? Ich sehe die nicht. Nein, findet ihr nicht. Wo sind die? Irgendwie hier unter mir. Meinst du? Nein, hm. Fuck, wo ist der jetzt hin? Oh, auch noch so ein Starker. Aber auch der Stärkste mag keinen Headshot. So. Noch jemand? Ohne Fahrschein? Ich sehe keinen mehr, ne? Aber ich sehe auch schon die ganze Zeit keinen. Na, wir gehen mal gucken. Ähm. Wir gehen mal gucken. Hm. Ja. Wir gehen mal gucken. Ist jetzt so das Ziel. erst mal. Ja. So. Mal schauen. Ob hier noch welche sind. Muss ja. Aber wo? Wo seid ihr Schweine? Wo sollen die denn sein? Da ist einer. Oh. Ja. Was ist denn da hin? Hier ist niemand. Du versteckst dich. Ich suche. Ich glaube das ist der letzte. Oder auch nicht. Doch. Gut. Kein Alarm. Das haben wir gut gemacht. Wir mussten nur einen aus der Nähe töten. Alle anderen. Konnten wir so ein bisschen von oben machen. Das ist schon mal super. Hat sich doch wieder gelohnt. Neue Aktivitäten. Auf jeden Fall. Sehr nice. Ja. Und das meiste haben wir mit der Schnieper gemacht. Auch schnell hier die Kisten und sowas. Aufsuchen. Der Besuch hier soll sich auch lohnen für uns. Wo ist denn hier? Wo ist denn hier in der Küste? Da oben. Stimmt. Doch nicht. Doch. Warum nicht? Gleich noch ein Fass macht Spaß. Kommt auch dran wo. So. Da muss hier irgendwo ein Propagandaposter sein. Welches nicht mehr lange da ist. So. Das haben wir. Hier muss bestimmt drin. Ne. Vielleicht zwei Poster hier. Das ist ja mies. So dann. Ach ja. So was machen wir beim nächsten Mal. Wieder ein bisschen verkaufen. Ja wir brauchen nichts mehr. Äh. Jo. Das ist jetzt. War ja. So. Einfach mal so. Wir haben auch genug Money noch. Gut. Wenn es euch gefallen hat. Lass einen Daumen nach oben da. Wenn nicht. Dann nicht. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Far Cry 4. Bis dahin sage ich Tschüss. Bis dann. Lass mich einfach gehen. Pierres500 Buch nur. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.